Hi Leute, ich bin's Keliko. Ich hab mal wieder ein Spiel rausgekramt, was ich geschenkt gekriegt hab. Kauderwelsch heißt das Ding. Man muss sich so eine Mundsperre in den Mund stecken und dann versuchen, hier diese Fragen auszusprechen. Das Problem bei dem Spiel ist, oder grad der Sinn bei dem Spiel ist ja, da man diese Mundsperre hat, also der Mund ist dann komplett offen, ich zeige euch mal hier ein Foto, also man kriegt den Mund dann nicht mehr zu, das heißt, man kann nicht richtig sprechen und dadurch wird das alles so, ja, Kauderwelsch halt, es wird dann halt Kauderwelsch. Man kann's nicht richtig sprechen, man kann's nicht richtig aussprechen, man sabbert ein bisschen dabei, aber es ist lustig. Meine Frage an euch ist, habt ihr Bock, dass ich das Spiel mal live mit euch spiele im Livestream? Das heißt, wir machen das einfach nicht mit diesen Würfeln, sondern ich nehme einfach so eine Karte und versuche das hier von, ich hol mir so eine Karte raus, hier einfach mal das dann Hals über Kopf, Butter mich schmeckt, so einfach mal auszusprechen mit diesem Mundstück und ihr tut dann live erraten, was es sein könnte. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst mal Kommentar da, würde mich mal interessieren, ob wir das Spiel mal testen oder ob ich lieber nur einen Videotuber machen soll, was dann aber schade ist, weil ihr könnt ja nicht mitraten. Lasst mal Kommentar da, wie hat Kauderwelsch, ist ein lustiges Spiel und wenn ihr Bock habt, dass mal wieder was anderes machen, ich habe noch einen Rammsteinartikel, den ich euch vorstellen könnte oder noch ein Disney-Puzzle kam an und eine DVD. Wenn ihr Bock habt, dass ich irgendwas davon euch vorzähle oder wenn ihr morgen Bock habt auf das Rammstein oder ob ihr Bock habt auf die DVD, einfach mal einen Kommentar da lassen, da tun wir morgen das Video nach eurer Wahl bestimmen. Und da würde ich sagen, macht's gut und tschüss! Und da würde ich sehen, muß!